Moin zusammen liebe Freunde, jo, willkommen zum neuen Video und wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein richtig tolles Schmuckstück stehen. Das ist ein Cadillac Eldorado von Baujahr 73. Dieses wirkliche Kulturgut hat 44 Jahre auf dem Buckel. Das ist eine richtig geile Zeit, Haarzulassung, alles dabei. Und der steht soweit ganz gut da, wie ich finde. Für 44 Jahre hat er relativ wenig Rost. Er hat ein bisschen Rost. Der Besitzer, ein sehr guter Kumpel von mir, möchte den nicht restaurieren. Der will, dass der mit dem Originallack so weiterfährt, das lässt und wirklich hier einfach Nostalgie pur hat. Und jetzt überlegt mal, guckt mal, wie viele Schritte ich hier machen muss. Und zack, jetzt bin ich am Ende angekommen. Also wenn man diese Größe, diese Dimension sieht, das ist echt der Wahnsinn. Also das ist sowas von krass. Können wir uns gleich mal auch einen Kofferraum angucken, was da alles so reinpasst. Wie viele Leichen hat man ja früher immer bemessen bei den Amis. Und wirklich absoluter Traum, diese Karre. Hat einen Motor drin. Man weiß nicht genau, wie viel PS sagte der Besitzer. Keine Ahnung, hat in Papieren wohl auch irgendwie nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall ist nämlich ein Big Block Motor drin mit 8,2 Liter. Ich wiederhole, 8,2 Liter Hubraum. Also wirklich der absolute Wahnsinn. So viel Leistung. Und ich finde das immer wieder faszinierend. Das Baujahr ist hier 73. Und die Karre, die kann man heute noch fahren. Der sieht noch modern aus. Diese Front, sowas gibt es heute nicht. Das ist einfach total geil. Ich finde es richtig schick. Ja, und um das Schmuckstück hier wieder richtig schön zu machen. Gucken wir uns jetzt aber erst nochmal einen Innenraum an, fällt mir ein. Das soll nicht verwehrt bleiben. Und für 44 Jahre sieht das Original richtig gut aus. Also das Original Leder. Ich habe auch was ganz Tolles fürs Leder noch dabei, damit wir da was machen. Klar ist das abgesessen, faltig und ein bisschen rissig und so weiter. Aber das ist wirklich original. 44 Jahre alt. Wirklich vom Allerfeinsten. Oder auch hier, hat mein Kollege gerade erzählt. Oftmals sind diese Intarsien hier beschädigt, kaputt, gebrochen oder ähnliches. Und guckt euch das mal an. 73, da haben wir quasi in Deutschland alle noch gekurbelt. Da waren die Fensterheber bei den Amis schon elektronisch. Sowas von geil. Hier haben wir so einen kleinen Beckengurt. Mehr brauchen wir nicht und so. Also das ist schon richtig krass Nostalgie pur. Setzen wir uns mal rein, schauen uns das an. Riesengroßes Cockpit. Wir haben die Möglichkeit hier auch. Da ist so die Klappe hier. Die Mittelarmlehne wegzunehmen. Dann haben wir hier quasi eine komplette Durchreiche. Weil klar, wir haben ja hier den Automatikhebel dran. Guckt euch das mal an. Ich bin total begeistert von der Karre. Richtig schick gemacht. Fette Uhr da drin in analog. Originalradio. Also der Besitzer steht total auf den Originallook. Der wird nichts an dem Fahrzeug machen. Jegliche Roststellen oder sonst was. Vielleicht macht das irgendwann mal. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Und gerade hier auch Armaturenbrett. Keinerlei Risse, Brüche oder ähnliches. Bei 44 Jahren. Ganz schwer zu finden in diesem Zustand. Und auch hinten. Kindersitz fährt mit seinem Kleinen natürlich auch immer ein bisschen rum. Gucken wir, wie das hier geht. Genau. Wird einfach nur so umgeklappt. Guck mal. Zack so. Und so sieht das Ganze hinten aus. Also man hat da Platz en masse. Das ist wirklich super krass. So Freunde. Ich habe es hinbekommen. Ich habe die Motorhaube. Boah, guckt euch das mal an. Das ist so ein Schlachtschiff. Ich habe die Motorhaube und den Kofferraum geöffnet. Motorhaube. Sau schwer. Obwohl da starke Federn drin sind. Total geil. Keine Gasdämpfer oder sonstiges. Da sind wirklich ein paar Federn dran. Da können wir gar nicht sehen. Da drüben können wir sie sehen. Da hängt die dicke Feder. Und jetzt schaut euch mal diesen Motor hier an. Also das ist ein Aggregat. 8,2 Liter. Der säuft meinen Z4 oder saugt den auf. Also das ist sowas von pervers. Richtig krass dieser Motor. Also wirklich vom allerfeinsten. Ja, mehr Klanghupe. Alles dabei. Ich weiß gar nicht, ob die angeschlossen ist. Ich glaube, das darf man gar nicht in Deutschland. So, jetzt gucken wir uns noch den Leichenbehälter alias Kofferraum an. Und das ist sowas von pervers. Wie groß dieses Teil ist, Leute. Das ist so unvorstellbar. Ich hoffe, ihr könnt das erahnen. Also wenn ich mal hier einen kleinen Schritt rein mache. Also, ich sitze jetzt hier drin. Und ich habe hier so Platz en masse. Und das geht ja noch ein ganzes Stück hier rein. Also das ist sowas von pervers, wie viel Platz hier drin ist. Und wenn ich es mir jetzt hier gemütlich mache, ihr seht das ja. Da ist so viel Platz. Also das ist schon wirklich eine ganz, ganz, ganz krasse Nummer. Hier liegt noch so ein Reifen drin. Der nimmt keinen Platz weg. Wirklich der Wahnsinn. Ja, was habe ich alles dabei? Das zeige ich euch jetzt, womit wir den Wagen waschen. Ja, dabei habe ich die ganz neue Serie von Meguiers. Mirror Bright, so heißt das. Und da habe ich mitgebracht den Wheel Cleaner. Müssen wir gucken, ob wir den überhaupt brauchen. Da sind jetzt irgend so ein paar Felgen drauf. Ich habe gar nicht richtig drauf geachtet. Dann haben wir das Automobile Shampoo. Dann das Detailing Spray, was wir auch für den Innenraum benutzen können. Und die Leather Lotion, die ich auch noch angesprochen habe. Natürlich Snow Foam und so weiter. Warum habe ich jetzt explizit die Meguiers Sachen hier mitgenommen? Das sind wirklich sehr, sehr schonende Reinigungsmittel. Die wirklich ganz sanft sind. Und gerade für so ein altes Fahrzeug wie dieses hier optimal sind. Genau, hier die Felgen, die ich angesprochen habe. Das sind ein paar Radkappen. Können wir mal ein bisschen mit drüber gehen. Ist nicht so viel drauf. Wird halt wirklich auch nicht viel bewegt, der Wagen. Ja, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich habe auch vorgesorgt, genau, Gloria. Bei der Größe werden wir auf zwei Glorias gehen. Sprich, zwei Füllungen brauchen wir da. Mit einer kommen wir nicht hin. So, los geht's. Starten wir mit dem Wheel Cleaner. Der ist PA-neutral, ganz wichtig, als Hinweis. Und dann springen wir jetzt mal hier die Radkappen ordentlich ein. Mit hier, was runter geht. Lassen das Ganze einwirken. Und dann geht's gleich weiter. Ja, mixen wir uns jetzt also die Gloria zurecht. Liter Geroldsteiner? Nein, haha. Leitungswasser ist drin. 15 Milliliter Snow Foam jetzt auch. Und das ist immer so der Running Gag. Jetzt kommt das Shampoo. Da bin ich mir auch auf den Geruch gespannt. Fruchtig. Ein bisschen fruchtig, würde ich dazu sagen. Boah, guckt euch mal an, wie dickflüssig das ist. Boah, krasses Zeug. Das sollte schon reichen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt mal die Schaumbäche. So, los geht's mit der Schaumbäche. Und ja, das Zeug ist wirklich richtig dickflüssig. Und dementsprechend macht das auch ein ganz, ganz tolles Schaumbild. Das sieht doch mal richtig geil aus. Dementsprechend, ich schäume den Wagen soweit kompletto ein. Ja, muss nämlich wieder pumpen. Und dann geht's gleich weiter. So, Freunde. Auf dem weißen Lack ist es jetzt nicht ganz so auffällig mit dem Schaum. Aber wie ihr seht, ich habe ca. die Hälfte des Fahrzeugs mit einer Ladung hinbekommen. Und da soll jetzt nochmal einer sagen, mir reicht eine Gloria-Füllung für meinen, was weiß ich, kleinen Zweisitzer oder sonst was nicht. Also man schafft es mit einer Ladung auf jeden Fall mit ein bisschen Übung. Und so sieht das jetzt schon bei der Hälfte ganz gut aus. Sogar ein bisschen mehr als die Hälfte ist es geworden. Dementsprechend mache ich mir jetzt die zweite Mischung fertig. Oh, das ist echt gut anstrengend. Mache mir die Fahrerseite noch schön voll mit Schaum. Und dann können wir den Wagen abspringen. Und dann können wir den Wagen abspringen. So, Freunde. Da kommt auch noch die Sonne raus. Und so sieht das gute Stück jetzt nach der Vorwäsche aus. Also da ist auf jeden Fall einiges an Schmutz runtergegangen. Auch die Radkappen sehen schon mal wieder deutlich besser aus. Da ist auch einiges an Schmutz runtergegangen. Und das gefällt mir soweit gut. Nebenbei gesagt, ich habe noch nie so viel hier reingeschmissen, für nur eine Vorwäsche ein Auto abzuspritzen. Das ist einfach der Knaller. Ich glaube, es waren irgendwann über 3 Euro oder 3 Euro. Richtig krass, was hier reingegangen ist. Weil wir haben einfach ein bisschen viel Lack. Ja, dementsprechend. Mirror Bright habe ich schon im Eimer. Und dementsprechend kommen wir jetzt zur Handwäsche. So, besonders natürlich für so ein schönes Stück. Zwei Eimer Handwäsche, auch mit zwei Handschuhen. Und natürlich passend auch den Maguires Handschuhe zu dem Shampoo, was ich jetzt benutze. Und so, dann gehen wir jetzt mal hin. Und können den Wagen hier vorsichtig waschen. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Wenig Druck ausüben bei dem Lack. Und dann kriegen wir den soweit bestimmt auch wieder sauber. Handelt sich allerdings nur um ein paar Stunden. Weil bei der Fläche, ey, Leute, ich komme mir nicht drauf. Klar, guckt euch das mal an. Das ist ja fast so groß wie meine Motorhaube hier hinten. Und, Leute, das ist so riesengroß, das Teil. Wahnsinn. Ja, dementsprechend, ich wasche den Wagen jetzt komplett. Und dann geht es gleich weiter. Ja, Freunde, ihr seht, da ist überall Schaum auf dem Fahrzeug. Ich bin groggy, sagt man hier. Ich bin fix in alle. Also die Karre waschen ist echt nicht ohne. Auch besonders, wenn ich jetzt hier auf die Motorhaube gucke und meinen Arm ausstrecke, bevor ich jetzt hier irgendwie gegenschlage mit dem Hosenbein, bin ich bis zur Hälfte. Das heißt, man kann wirklich nur eine Hälfte von einer Seite waschen. Bei manchen Fahrzeugen kommt man sogar auf die komplette Motorhaube drauf. Aber hier, nee, nicht möglich. Natural nicht möglich, wie Akku sagen würde. Ja, in diesem Sinne, das war's. Jetzt spritzen wir den Wagen soweit nochmal komplett ab. Dann haben wir wirklich jeden Schmutz hier runter und können danach noch ein bisschen abtrocknen. Da bin ich vorbereitet. Ich habe mir zwei Orange Babys mitgenommen. Die werde ich auch mindestens brauchen, wie ich jetzt festgestellt habe. Und ja, dann geht es damit gleich weiter. Ja, Freunde, wie ihr jetzt sehen könnt, Fahrzeug ist soweit fertig. Sieht soweit wieder richtig gut aus. Ich frage mich auch gerade, könnte man damit überhaupt in so eine Waschanlage wirklich fahren? Bei der Länge, das ist sowas von krass. Der würde nie im Leben in meine Garage passen. Das ist sowas von ein Riesenschiff. Guck mal, wie viele Schritte ich hier machen muss. Dann würde ich hier am Ende ankommen. Können wir das mal ungefähr versuchen. Eins, zwei, drei, vier, vier, 80, fünf Meter irgendwas in der Länge hat der locker. Also wirklich richtig krass. Total, da komme ich nicht drauf klar. Wichtig noch als Hinweis, wenn ihr so ein altes Fahrzeug wascht, der Lack ist natürlich 44 Jahre in dem Fall alt und dementsprechend natürlich auch nicht mehr der Beste, wie man ja an manchen Stellen hier gesehen hat. Haltet mit dem Hochdruckrein, ja das wollte ich sagen, auf jeden Fall einen großen Abstand, so dass ihr den Lack möglichst nicht beschädigt. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn hier so ein paar Abplatzer und sowas sind. Der Kollege hat gesagt, der lässt das so, der will das nicht ausbessern, das ist Originalität. Okay, dann müsst ihr aber auf jeden Fall hingehen und großen Abstand mit dem Hochdruckrein halten oder aber ihr arbeitet damit zu Hause mit dem Wasserschlauch und waschen damit. Ja, dementsprechend, das hätten wir fertig und dann kommen wir jetzt zum Abtrocknen. Ja, Freunde, ich muss wieder lachen. Ich komme auf diese Größe, halt bin ich klar. Schaut mal, ich habe jetzt zwei Orange Babys hier auf der Motorhaube ausgebreitet und ich habe noch nicht mal die Hälfte der Motorhaube damit abgedeckt. Das ist sowas von pervers. Wir haben hier noch einen ganzen Meter Platz, so nach dem Motto. Das ist wirklich nicht mehr normal. Also diese Größe, die Amis, die haben schon Kisten gebaut. 8,2 Liter, auch ein großer Motor dabei. Wahnsinn. Wir benutzen jetzt, müssen brauchen jetzt hier mal aus der Mirrobrite Serie von Meguiers das Detailing Spray. Mal gucken, ob das was bringt, was funktioniert beim Abtrocknen uns zu helfen und ein bisschen Glanz aus dem Lack zu holen. Das ist nämlich ein Schnellreiniger. Wenn ihr Vogelkot auf dem Lack habt, könnt ihr das benutzen. Ihr könnt das aber genauso auch im Innenbereich benutzen. Und ja, wir verwenden das, wie gesagt, jetzt mal als Hilfe hier ein bisschen zum Abtrocknen. Einmal aufdrehen, neue Flasche. So, ein bisschen da drauf und ich denke, da kriegen wir auch noch mal ein bisschen kleinen, schönen Glanz raus. Auf jeden Fall, mh, richtig geiler Geruch. Riecht toll. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ihr seht, der Lack lässt sich auf jeden Fall gut abtrocknen. Das geht ganz easy hier mit dem Orange Babys. Mach ich soweit komplett und dann sind wir auch gleich durch. So, Freunde, und da schaut mal, so sieht das gute Stück jetzt wieder aus. Also es steht auf jeden Fall schon wieder richtig gut da. Tausendmal besser als vorher. Da ist wirklich eine Menge Schmutz runtergekommen. Und ja, dementsprechend, so sieht der Wagen jetzt aus. Also wirklich für 44 Jahre alten Lack, finde ich, ist das wirklich ein Traum. Und was mich auch fasziniert hat, ich dachte, das Fahrzeug wird im Innenbereich deutlich nasser. Weil das kennt man ja auch so, dass die Fahrzeuge gerade aus den USA und die alten Fahrzeuge einfach gar nicht so wasserdicht waren, um es jetzt mal so auszudrücken, wie heute aktuelle Fahrzeuge. Und ist aber nicht der Fall. Also es ist eigentlich relativ nix. Also auf der Beifahrerseite gar nicht. Auf der Fahrerseite gab es so zwei, drei Tropfen. Ja, dementsprechend machen wir jetzt noch ein bisschen Innenpflege. Hatte ich ja angesprochen. Detailing Spray für die Reinigung von Kunststoffen und so weiter. Und die schöne Leather Lotion für das Leder. Und das ist auch so krass weich. Amis, ey. Geil. So, wie angekündigt, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Kunststoffteile. Und da habe ich jetzt mal hier den Maguire's Mirrorbrite Detailing Spray oder das. Und gehe hin und sprühe mir hier etwas auf das Tuch drauf. So. Und dann kann ich hingehen und die Kunststoffteile hier in einem Arbeitsgang reinigen und genauso auch gut pflegen, dass dieses schöne, so alte Armaturenbrett auch okay bleibt. Und guck mal, was das hier an Schmutz runternimmt. Also das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Das finde ich echt cool. Jetzt einfach nur so ein paar kleine Bewegungen. Zack. Hauen wir hier jegliche Verschmutzung runter. Und wir sehen, das glänzt jetzt nicht dadurch oder ähnliches, sondern die Originalität, die dem David wieder wichtig ist, bleibt enthalten. Und das ist perfekt. Das mache ich soweit fertig mit allem im Kunststoff hier im Innenbereich. Und danach kümmern wir uns noch um die Sitze. Ja, ich bin jetzt soweit durch mit dem Kunststoffteilen. Und dann können wir uns jetzt mal hier um die Ledersitze kümmern. Und da gehen wir hin und nehmen aus der Mirror Bright Sail die Laser Lotion. Riecht richtig geil. Ich habe sie gerade mal aufgemacht. Und genau, es ist hier so ein Sicherheitsverschluss. Den habe ich gerade geöffnet. Also Kokos, Kokosnuss vielleicht irgendwas in der Richtung. Jojobaöl hatte ich mal im Netz gelesen. Und auch hier. Wow, krass. Das ist, das ist dickflüssig. Oh, viel zu viel. Da machen wir deutlich weniger. So. Und jetzt gehe ich erstmal hin und verteile mir da so ein bisschen hier, damit das nicht alles in die Ritzen geht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Und im Endeffekt, das Zeug riecht sowas von geil. Total cool. Richtig angenehm. Das Schöne daran ist, oh krass, schade ich das direkt mal hier an. Da kommt direkt so ein Glanz raus. Das macht das richtig schick, das Leder. Das macht zwei Sachen in einem Schritt. Das reinigt das Leder. Und zugleich wird es auch gepflegt und versiegelt. Das ist so ein Kombiprodukt. Und ja, das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Also da tut sich einiges. Und jetzt guckt euch das mal an, was hier für ein Schmutz im Leder ist. Und das machen wir mit diesem All-in-One-Produkt. Zwei Schritte in einem. Wirklich richtig geil. Und der ganze speckige Look geht weg, merke ich gerade. Ich mache es jetzt mal genau bis zu diesem hier. Und dann können wir uns das gleich mal angucken. Und das war jetzt nur einmal hier kurz drüber gehen. Und das ist wirklich eine Sache von ein paar Minuten. Ja, guckt euch das mal an. Das ist eigentlich eine Schweinerei, was da runterkommt. So, und jetzt schaut euch das mal an. Ich hoffe, je nach Lichtanfall könnt ihr es sehen. Bis genau hierhin war ich. Und hier ist es nämlich deutlich anders von der Farbgebung. Hier ganz extrem. Und auf der Fahrerseite sieht das natürlich auch nochmal krasser aus. Mache ich es soweit komplett fertig. Da habe ich hier auf jeden Fall noch ein paar Meter Leder vor mir. Und danach sind wir soweit durch. Und dann gibt es eine Schaude auf. So, und jetzt schaut euch das mal an. Das ist, was hier von den Ledersitzen runtergekommen ist. Also das ist auf jeden Fall einiges. Und für so eine sanfte Lederlotion ist das wirklich ein super geiles Ergebnis. Und der Geruch. Der David ist auch gerade wiedergekommen. Hat sich das Ergebnis jetzt angeguckt und meinte auch direkt. Mann, der Duft ist der Wahnsinn. Ja, dementsprechend. Soweit sind wir damit durch. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Showdown. So, Freunde. Da seht und hört ihr auch ein bisschen das kleine Teil. V8 ist immer so krass, wie unrund die laufen. Finde ich jedes Mal wieder faszinierend. Hat auf jeden Fall tierisch Bock gemacht, dem David hier die Kiste zu waschen. Ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Er fährt den Wagen jetzt voraussichtlich noch diese Saison. Und wer Interesse hat an dem Wagen, zur nächsten Saison will er den wahrscheinlich abgeben. Da kann ich gerne den Kontakt herstellen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, dementsprechend. Wagen sieht soweit wieder richtig gut aus. Mit den Maguires Sachen hier hat er richtig Bock gemacht. Ganz sanfte, schonende Reinigung. Hat funktioniert. Tolle Gerüche auch bei den Produkten dabei. Und so kann sich das Fahrzeug wirklich wieder sehen lassen und hören lassen. Also wirklich richtig krass, wie groß der Wagen ist. Da komme ich bis jetzt nicht drauf klar. Und auch im Innenraum sieht die Kiste soweit wieder richtig schick aus. Das kann sich sehen lassen. Vom allerfeinsten. Schreibt es gerne in die Kommentare. Na, jetzt kriegt es die Kamera hin. So, und dann sieht das auch wieder toll aus, das Fahrzeug. Und ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.